Musik Live aus der Stadthalle in Offenbach, Beats, Beats, Beats! Sehr schön, recht schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Heute Abend mit einem ganz großen Programm. Episode 6, Emma Reed, The Red Squares, Madeline Bell, Knut Kiesewetter, The Smoke, Whistling Jack Smith sowie am Mikrofon, wie immer der Gastgeber Charlie Hickman. Sehr schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Sie sehen ja, bereits hier herrscht wunderbarer Tempo, wunderbare Stimmung nach unserem kurzen Urlaub. Hoffen wir sehr, dass Sie sich erholen können. Wir haben uns sehr erholt und deswegen zu einer Bombebesetzung für Sie. Ausnahmsweise sehr groß. Ein bisschen später werde ich Ihnen erklären, weshalb und warum. Okay, aber fangen wir gleich an mit duftem Musik. Sie wissen ja, Blumenkraft, Flower Power, die existiert schon international, deswegen das Hemd und unsere erste Gruppe. Seit drei Jahren spielen Sie zusammen und Sie fangen an für uns heute Abend mit zwei Titeln. Morning Dew und I Hear Trumpets Blow aus London, Episode 6.